Gipsy, bist du reingefallen? Gipsy, wie er frei, so ist er frei. Wie alt ist der Junge jetzt? Acht. Aber noch zu jung, um einzuspannen, oder? Ja, ne, ne, ab elf oder so. Also, ja. Ich bin mal gespannt, wann wir rennen. Ich bin so froh. 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 Ich bin so froh.